Ja, das wäre zum Beispiel geil, das wäre zum Beispiel relativ ähnlich zu dem, wie er von denen lackiert worden ist. Ähm, können wir ja probieren. Ich nutze schon eine andere Metal-Flex-Farbe, die Originale sind ein bisschen doof, ne? Grundfarbe, so, ähm... Was nehmen wir denn mal da? Ich bin mir nicht so sicher. Oh, da kannst du schon eine sexy Farbe machen, da kriegst du schon so einen Stem dabei, was?